Hey zusammen, wenn ihr diese Nachricht hier seht, habt ihr es zumindest schon mal aufs Gamescom-Gelände geschafft. Ich bin beeindruckt. Nicht. Ich habe einen speziellen Auftrag für euch. Wie ihr wisst, steht Need for Speed Rivals in den Startlöchern und leider habe ich vor kurzem bei dem Versuch die Pre-Release-Version aus dem EA-Hauptquartier zu klauen. Ein ganzes Team verloren. Medioten. Ist ja auch egal. EA hat auf dem Gamescom-Gelände ein paar Rick-Deck-Factor-Autos aufgestellt und wenn ich schon nicht an das Spiel komme, will ich wenigstens die haben. Die werden aber auch nur von einem schmächtigen Security bewacht und die Schlüssel für die Autos müsst ihr einem EA-Mitarbeiter abnehmen. Also, die lenkt ab, es klaut die Schlüssel und CK kümmert sich mit WD um die Security. Bringt die Autos zum markierten Zielort und wehe, die Cops klimmern euch, wenn ihr dort seid. So, und jetzt los. Enttäuscht mich nicht. Sonst, sonst... Hahahaha! AAAAAAAH AAAAAH AHHHHH AHHHHH Hi Ich bin ein David Whitesplan Ich habe einen ziemlich großen YouTube-Canal zu 150.000 Abonnenten, 90 Millionen Dioden, trotz freundlich mal Rektionsmuster bekommen können, obwohl eigentlich habe ich gerade Abo-Treffen. Bis dann! Okay. Hey! Was nirgst du da auf dem Boden? Packung, Giffen, siehste doch! Hallo! Hilfe! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020